Beim Brand eines Wohnhauses in Österreich-Winkel ist ein Sachschaden von rund 400.000 Euro entstanden. Das Feuer war im Dachgeschoss des Hauses ausgebrochen und breitete sich schnell auf das Obergeschoss aus. Die Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Ein Bewohner wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Das Mehrfamilienhaus im Ortsteil Hallgarten ist nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache ist noch unklar.